hallo zusammen und willkommen beim minecraft let's build together ich war meinem baumhaus und der anduin? bei meinem turm. ok ich werde hier die stiege fertig oder weitermachen mal schauen wie werde ich kommen? ja und ich baue da das turmdach fertig auf also momentan bin ich nur bei den verzierungen aber das haben wir jetzt dann glaube ich in der folge soweit fertig und dann werden wir gleich mit der dachkonstruktion beginnen ich wurschle mich um den baum schlängelst du dich um den baum schlängelst du dich um den baum genau so ist es ich werde einfach da mal ein paar stufen richtlinien setzen dann sehen wir eh wieder irgendwas stimmt nein passt ja so jetzt machen wir da den letzten zu ich will ja dann oben ein paar plattformen haben ja vielleicht ein zaubertischchen oder so ja mit dem gäbe es genug wirkt sicher da hätten wir ja schon die erste plattform ich steige zu wenig schnell hm ok dann muss ich du steigst zu wenig schnell ja ja da muss ich eh mehr stufen ach so mit mit den stufen oder so ok ich zimmere und pflanze ich zimmere und pflanze mir was neu was denn hm na die tippe rein die setzen wir jetzt zu da brauchen wir nicht mit den befehlen das ist ja gleich fertig das könnte funktionieren wenn ich äh den habe ich zu viel weggeschlagen ja käse ein käse ein käse Buch 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 Ja Das kommt der ganze Block an ja Eta ich würde ja sehr gut passen ich glaube ich werde dann irgendwo noch einen zusätzlichen fast einfügen müssen. okay. so wie wir beim letzten mal geschaut haben, haben wir gesagt, auf der einen seite ist es ein bissl kahliger. ja genau, hat ein bissl sehr kahl ausgesehen. so, jawohl. jetzt hätten wir das. jetzt bin ich mir nur nicht sicher, da war interessante stufen. ja doch, 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 das passt schon so. jetzt noch mal das dazu. so, jetzt wird's. so, jetzt haben wir noch mal, das ist jetzt schon. ja, das ist jetzt schon. kann ich mich damit üben? mhm. so, und wir werden dann... ich nervst wieder auf dem niveau. mhm. fuck. entschuldigung. ups. hm. 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 . hm. 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 Na bitte, dann sind wir mal wieder rundherum. Hm. Ups, so, so. Tralala. Hm. Hm? Hm. Ich überlege auch an meinen... Räumchen. Trim, 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 trim. Hm. Ja, das kann ich auch machen. Ein bisschen schneller steigen und da was rein. Jetzt. Cool, coole Idee. Ist mir gerade was eingefallen. So. Ah, jetzt laufen wir mal die Strecke. Das ist, das schon nix gehört. Der, der sich laufen lässt. Schon so, ne? Hier ist mir das jetzt. So, gell? Götzinn, da kommt da, ja? So, da sollten wir vielleicht... Hm. 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 Da, da, ja. ich bin mir nicht sicher eine kleine hülle anscheinend ja ja cool ich habe eine hülle produziert so wird das aussehen da werde ich mir doch gleich mal alles vorbereiten das war nicht geplant ich habe das angebot den teig weg ist auch was denn ich habe das den teig den ich künstlich angelegten hatte ich angeboten aber ist schon behoben ich weiß was man da nehmen einmal die falltür dann wirkt es nur zu riesig ja genau ich hoffe ich fall aus der wolke unten nicht raus so tief bin ich nicht runter du hast recht ich könnte hier eine aber zuerst muss ich den raum fertig machen so gefällt mir das besser das hätten wir auch richtig kuschelig 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 ja so jetzt könnten wir das so irgendwie wollen wir da jetzt noch mal die beessen ja nicht ja nicht also zum innen ausbau dieser hülle komme ich dann später noch mal machen wir schnell den bogen noch rein ob wir haben es ja gerne gemütlich oder ja wenn man noch nach peter jacksons verfilmungen geht schon ja aber es ist auch im buch so also sie sind ja sehr gemütliches volk beschrieben gemütliches völkchen und stein da drüben dann machen wir noch ein oder in dem sinne ja das gefällt mir so passt das immer auch rundherum und dich das hätte ich die Höhle fürs Erste ein bisschen geformt. Dann machen wir noch Stufen rauf und dann pfeift es schon. Dann pfeift es? Ja, dann pfeift es. Schauen wir rundherum nochmal Veränderungen. Nicht den zu beeinträchtigen. Hmm. besser es ist ein Lebensmittelstiger also wenn das der Erbohr sagt von der eigenen Stiege passt es aber es ist halb so schlimm alles halb so müde naja dann alles halb so wild müssen wir schauen, dass ich gescheit ums Eck komme dann weiß ich noch nicht was wir da hin tun werden ups das kommt so her das kommt so her das kommt so her na gut das ist abenteuerlich ja ah Sonnenaufgang schon wieder das ist abenteuerlich und das ist abenteuerlich habe es das ist abenteu wenig des guten dann setzen wir da auf die Eckpunkte und die Halben rein da, da, da dann noch irgendwas anfangen lassen komm schon hin komm schon hin auf die Stufe jetzt muss ich dann echt schauen was der Anwin treibt wui wui ja genau wui 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 fuh shampo okay na dann steige zu wenig schnell kann ja noch ein Stück steigen hier es ist sehr cool wui 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 So, 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 und ich gucke so. Wo ist er da, Anduin? Versteckt. Wo habe ich gefragt? Norden, Süden, Osten, Westen. Beim Turm. Okay. Ah, mal das Türmchen ansehen. E. Wie ist es denn? Sehr schön. Standbild, Standbild. So, jetzt ist es aus. Wird die Fassade noch ein bisschen unterteilt? Welche Fassade? Am Turm? Ja, na, das bleibt nicht so. Okay. Ich sag's schon. Nein, da kommt nur eine schöne Fassade und so. Ich wollte einfach jetzt einmal das Dach fertig machen, also hier oben, und dann baue ich die Fassade auf. Oh. Dass das ein bisschen weiß, wie groß ist er insgesamt und so. Dass ich mir das dann einteilen kann. Da auf der Seite, auf der Schmalseite, siehst du das schon ein bisschen aus, weil sie ist auch noch nicht fertig. Da, dieses kurze Stück da, was da rausschaut, da sieht man schon ein bisschen aus. Okay. Ja, na, sehr schön. Aber noch nicht fertig. Mhm. Okay. Na gut. Meister der Zeit, wie spät ist es? 24. Okay, dann würde ich sagen, mit einem schönen Blick auf die Fassade verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal und schaut rein, wenn es heißt Let's Build Together bei Anduin und Tipra. Ciao. Ciao.